Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den Panzerkampfwagen 3J auf der Karte Westfield und jetzt muss ich dann doch mal einen etwas längeren Weg zurücklegen um zu meinem ersten Einsatzgebiet zu kommen. Oben sind bis jetzt nur die drei TDs und ich will versuchen da hinzukommen, denn da werden mit Sicherheit auch der Gegner hinfahren. Und von daher muss ich jetzt diesen etwas längeren Weg in Kauf nehmen und da ist schon der erste gespottet ein M8A1 und weiter hinten eine SU-76M. Und da ich hier den sechsten Sinn noch nicht ausgebildet habe, fahre ich hier mehr oder weniger blind. So, der erste Gegner wurde hier ausgeschaltet. Die SU-76M ist nicht mehr, jetzt fahre ich mal hier vorsichtig nach vorne. Noch ist keiner zu sehen. Da drüben ist der M8A1 vom 38T gespottet worden und da ist ein BT5. Ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und versuche eine andere Angriffsposition einzunehmen. Da ist der M8A1 wieder, der BT5 steht noch da. Der Schuss ging nicht rein, aber dafür der. Und der M8A1 hat gleich mal zurückgezahlt hier. Der Schuss ging in den Boden, da ist der BT5. Jetzt warten, bis er die richtige Position einnimmt, bis er parallel, nicht parallel, dass er geradeaus von mir wegfährt. Und das hat gepasst. Genau wie jetzt. Und zerstört. Und da drüben M15. Aber da ist der M8A1 und da hat mich ein T28 getroffen. Da ist noch nicht mal gespottet worden. Und hinter mir ein 10TP. Und da wurde er zerstört. Jetzt wieder neu anfahren. Dieser M8A1 stört doch ungemein hier auf der Seite. Aber da drüben ist der M1542. Und der fährt langsam zurück. Und da ist er gerade wieder in Tarnung gegangen. Und da unten eine Panzerselbstfallerfette 1C. Und da hinten ist endlich der T28 zu sehen. Mal sehen, ob ich zurückzahlen kann. Aber jetzt. Und auch der T28 ist langsam im Rückwärtsgang. Von daher konnte ich dann doch den einen oder anderen Treffer landen. Jetzt muss er doch dafür, dass er mich getroffen hat, einiges einstecken. Aber jetzt sehe ich hier unten unsere Basis. Wird erobert. Und unsere Artie ist da in Gefahr. Von daher fahre ich jetzt mal die hier runter. Oh, da war er zerstört. Macht nichts. Und jetzt wieder zurück. Denn der T28 und der M15, die sind ja da immer noch. Und die Panzerselbstfallerfette 1C steht da ganz alleine. So, und jetzt vorsichtig den Hügel rauf. Da ist der T28. Bleibt dankenswerterweise stehen. Und wurde zerstört. Dann steht eigentlich nur noch der M15 42 hier. Und da ist er auch. Ja, aus voller Fahrt. Auch der zweite Schuss nicht. Aber mit dem dritten. Dann den M15 zerstört. Und dann ist nur noch auf der E0 Position die Wespe. Und auch die wurde zerstört. 15 zu 5. Das war der Panzerkampfwagen 3 Ausführung J auf der Karte Westfield. Eine WN8 von 5.764. Damage von 1.245 und 2 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, das bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.